Du bist gerade mir vorbeigerannt, da vorne bist. Und da sind wir in einem kleinen Duo hier in Darwins kleine Geschichten. Zusammen mit dem Crossi, Sessel kriegt Leder, richtig? Was ist das da? Da siehst du die ganzen Typen rumrennen. Oh, hast du ein Radar gefunden? Ja, ich glaube schon. Kann ich das da irgendwie aktivieren oder so? Oh, wir kriegen ein... Ne, ne, das ist... So, wir gehen mal zu dem elektronischen Teilchen, was sich jetzt bei uns in der Zone... Oder warte mal, sind andere Spieler bei uns in der Nähe? Du bist ja am... Nein, 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 die sind gerade in der Nähe. Passt, dann looten, looten, looten. Zwischendurch auch mal aufpassen, du hast da diese linke... Links diese Anzeige. Und da ist dabei diese Kälteanzeige. Ja, immer wenn es dir zu kalt ist, du musst es ja quasi immer ein... Euch geht's gut hier in der Zone? Ihr seid allein, also... Nehmt euch zu retten hier mal. Erstmal ist nicht in Reichweite. Alter, Spielleiter, rede mit uns. Cool, hab ich auch noch nicht gehabt. Echt jetzt? Ja, der hat gerade geredet. Ja. Also ich glaube, den ist er geredet. Hörst du uns, Spielleiter? Ich höre euch, ja. Ach, cool, hallo. Natürlich. Als Showdirector höre ich euch. Ja, hatte ich noch nicht, dass einer mit mir geredet hat. Echt nicht? Ne, leider. Aber cool. Ja, aber ich habe das selber, als ich gespielt habe, wenn es so viele Spiele spielen, sollte ich als Director machen. Habe ich es auch noch nicht gehabt. Aber so ist es... Da ist eine Lede. So, ich gehe mal nach dem Fight gucken. Ihr habt, wie gesagt, erst mal nichts gemurchtet. Alles klar, danke. So, Spielleiter ist weg. So, ich mache jetzt dann gleich mal ein Feuer, weil wir haben ja die Kälteanzeige. Und die darf nicht runtergehen. Das Problem ist, ein Feuer sieht halt jeder, ne? Ah, okay. Ich gehe mal in das Haus rein hier. Oh, Mist. Läuft. Das ist richtig stumpf, aber ich finde es... Ohne Scheiß, ich finde es irgendwie mega. Irgendwie macht es Bock. Die erste Runde war ich übrigens direkt Zweiter. Ja. Okay. Und habe mir dazwischendurch so gedacht, Alter, warum passiert denn hier nichts? Aber wenn da ein Spieler da ist, dann geht das voll ab. Also Action, Action, sagst du? Mega. Wenn du auch irgendwo so einen Hirsch rumstehen siehst, den kannst du über den Haufen hauen. Okay. Mit Pfeil und Bogen. Es gibt dann 50 Heal-Punkte. Und... manchmal haben die richtig coole Sachen dabei. Okay. Einen Kaffee zum Beispiel. Ja, da kannst du dich wärmen, ohne dass jemand sieht, ne? Okay, das ist natürlich ein Vorteil. So, jetzt mal aufgepasst. In der linksoberen Zone von uns. Ja. Da sind zwei Spieler. Ungefähr in der Mitte. Ach, die Zonen schließen sich ja? Ja, ja, der Spielleiter kann Zonen schließen, um die Leute aufeinander zu drängen quasi. Okay. Das ist eigentlich ganz geil. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt mal nach links oben in die Zone, würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, check, penetrieren. Weil links und rechts von uns in der Zone sind Spieler. Okay. Nicht vergessen, zwischendurch auch mal mit Holz Pfeile zu craften, sonst hast du keine Pfeile, wenn du Pfeile brauchst. Ja, das ist auch Pfeile. Soll das schon mal reichen? Auf jeden Fall. So. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir nach links, Richtung dem angezeigten Ding da. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn bei dir irgendwann mal auf dem Bildschirm Tracking steht oder Tracked, dann hat irgendjemand deine Spur im Schnee gelesen und folgt dir quasi. Ach, das geht auch? Ja, das geht auch. Das ist ja das Geile. Deshalb brauchst du auch die Bärenfallen, die ich übrigens sehr gerne benutze. Ach nein, wenn dann quasi einer auf deine Spur hinterher geht und dann... Legst du im Tiefschnee eine Bärenfalle und dann geht's ab. Da sind aber Fußspuren vor mir, glaube ich. Ja, 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 ja. Geh mal hin und drück mal E zum Tracken. Ach, nee, hier, den können wir tracken, den roten, warte. Ja, die sind, die sind da oben bei dem leuchtenden Ding und holen sich das Equipment. Okay, bist du da hoch, gell? Ja, klar, gleich pushen. Alles klar. So, jetzt aufpassen, irgendwo hier sind sie. Ja, ich glaube, über uns. Am besten auf Crowd stellen. Auf was stellen? C, C ist ducken. Okay, perfekt. Das ist, wenn du irgendwo rote Ringe im Bildschirm siehst, dann, dann zeigt das an, dass du einen gegnerischen Spieler hörst, quasi, ne? Okay. Das ist, wenn die zu laut sind. Sie wissen aber, dass sie getrackt wurden, weil das steht ja da, ne? Ja, ich bin weiter rechts. Ich track mal. Ja, die sind schon wieder rechts bei der Markierung. Oh, shit. Wir brauchen kurz ein Feuer. Ja, ich höre, ne? Ja, ich mache ein Feuer, dann kommen sie eh her wahrscheinlich. Ja, check. So, und aufpassen, ne? Wenn du von irgendeinem... Ah, hier vorne sind Fußspuren. Zeig es auch immer an, in welche Richtung sie gelaufen sind. Ah, ich sehe nichts hier. Unten ist abgeholzt und Fußspuren. Hier sind Fußspuren. Ich bin nach unten. Ja, unten ist er auch abgeholzt. Siehst du das? Ja. Da ist er entlang gegangen. Irgendwas ist da vorne. Das habe ich noch nie gesehen. Es leuchtet rot. Hä? Da vorne siehst du es? Wenn es rot leuchtet, dann hat es... Äh, Lava? Ach, das ist Lava. Ach, nee, das Ding ist Lava, ja. Ja, das... Nee, nee. Okay, Crossy, ich... Crossy, ich gehe mal runter. Ja, check. Hier sind keine Fußspuren. Ich holze gerade noch ein bisschen. Da unten ist was abgeholzt. Ja, check. Ich komme runter. Bin nach unten. Ah, ich brauche mehr Holz. Ich habe kein Holz mehr. Merke ich gerade. Ich track mal eben hier das abgeschlagene Holz. Ja. Wow! Über uns. Was war denn das jetzt? Ah, da steht... Da steht ein... Da steht ein Geschützturm. Okay. Ach, die kann man auch bauen? Ja, ich habe auch... Ich habe auch einen. Wie gesagt, du musst ja am Anfang... Du kannst am Anfang in der Lobby auf Q dein Zeug umstellen und einstellen, was du bauen kannst. Also, Geschützturm kann ich auch bauen. Da brauchst du aber den... Die Elektronik, also das Ding da unten. Okay, müsst ihr da runter? Ja, aber wir kommen an dem Geschützturm nicht vorbei, glaube ich. Außer links, genau. Geh mal links. Den links? Oh, ich habe keinen Gleiter, ey. Ja, hier geht es runter. Hier, komm, wir gehen mal hier runter. Ja, warte, warte, warte. Weil ich will da oben den Sessel da mitnehmen. Ja, die gehen mit Sicherheit auch darüber. Also, ich sehe keinen derzeit. Hier ist eine Brücke. Wie weit kann ich da runter springen, ohne dass mir irgendwas passiert? Ja, spring einfach... Ein Stück kannst du runter springen. Doch, hier sind Fußspunen. Die sind bestimmt schon vor. Ich geh mal. Kommst du noch? Ja, ich bin am Weg. Ich pushe. Bin dran. Ich bin weit weg von dir, geil. Ja, ich sehe auch noch keinen hier. Also, entweder liegt eine Falle oder weiß ich nicht. Wir sind noch hier... Hier ist ein Feuer. Ich habe ein Feuer. Ja, ich sehe dich. Über dir ist irgendwas Rotgeier. Da haben wir Elektronik. Ich glaube, sie sind geschützt haben. Ja, hier ist auch... Hier hat irgendjemand was gebaut. Hier war jemand schon. Ich track mal. Willst du die Elektronik... Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Ich habe ihn getrackt. Genau, genau. Nix, Sir. Oh, fuck. Er hat mich... Er hat mich... Jetzt war ich aber kurz überrascht. Bist du down? Nee, noch nicht. Aber geil. Ja, stimmt an. Okay, war aber lustig. Komm, wir haben gleich noch eins. Okay, danke dir, ne? Tschö. 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 Vielen Dank.